Fast jeder Autofahrer erlebt im Laufe seines Lebens einen Unfall, an dem er keine Schuld trägt. Dann bleiben an ihrem Fahrzeug oftmals Schäden zurück, die von der Versicherung des Unfallgegners zu begleichen sind. Doch genau hier beginnen die Diskussionen. Wer ist schuld und wie hoch ist der Schaden? Als freier KFZ-Gutachter erstelle ich Ihnen ein unabhängiges Schadengutachten. Eine fachliche, unabhängige Beratung ist eine Selbstverständlichkeit. Kontaktieren Sie mich.